und damit hallo und herzlich willkommen zu dead island musst du doch schnell raus oder alles gut alles gut alles gut so dann drück ich mal f das hat was schönes cash aber gleich wieder mit dem reden aber kurz ich bin level aufgestiegen müssen wir jetzt woanders ja ich bin erst 36 erst 36 bin erst 33 wo gerade sagen erst 36 so wenn ihr bereit sagt sagt bescheid dann drück ich glaube das funktioniert nicht bin zu weit weg was machst du da oben suchen kann doch direkt daher hallo ja vielleicht findet da was was ich brauchen kann okay geld geld ohne türi aufgeht lassen ich habe jetzt voll auf den schatz kommt okay da aus dem schatz was ja irgendwas irgendwas richtig geiles würde ich sagen naja ich war zum glück das erste hier aber wieder zurück so ein unkollegialer sack ja aber kennst du ihn anders da andere hütchen chili hat ihn deckt da ist nix doch da hinten geht's lang da geht's rein das ist doch halt moment ist es nicht hier oben das dorf nein natürlich ist da oben das dorf ja wir sind nirgendwo anders wir sind einfach bloß an dem punkt komm regt mit ihm das gebet gut 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 4 mälte die sache jetzt schon erledigt mit den zünften irgendwie missfällt mir das jetzt gerade immer wieder mal der maschette die reine hier müssen doch irgendwie so wenn man da Prozent ja nein vielleicht also ich bin Müll über am Strandzug nicht in den Sümpfen er sucht Mowen und Mowen ist irgend so ein Spaten der hier hat er doch gesagt es kommt mit und was gibt es da ah ich war zu langsam eine Blume eine Blume ja bringt 3 Dollar da ist einer noch äh und da wohnt Mowen 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 da ist er geht's ihm gut ist ein krasser Typ oh guck mal da ah die Stufe 2 benötigt mach schon auf hier liegt ein Ausweis auf dem Tisch ich stelle mich hier hin da nein was sollte man da hin wollen was sollte man da hin wollen wie du gingst haben sie vielleicht Medizin für dich ja ok wäre nichts hätte ich nichts dagegen so wo liegt der Ausweis hier auf der Seite hier lag das und der Heine gibt es der für die Bogen wissen er aber erster nur bis zum Boot bei wenn sie es passieren er wird wenn wir eigentlich sind allein Bokar B da unten wer da ist ähnlich viel das ist bloß sind schon bei euch das muss sein gebiet hier und nicht hier wohnt sonst nichts mehr einziger krebs er steht auch hier um so die aber hier ist das rote wir müssen wieder zurückfahren ich drücke einfach mal F4 wir fahren wieder zurück und warte bis alle im Kreis sind ich bin viel mehr im Kreis als ihr ich bin kreisiger als ihr mein Papa gut wo Tobi recht oder recht o wo sind wir denn jetzt hier schon wieder beim Labor so jetzt geht es mit meiner Maus auf die war ein bisschen zu schnell eingestellt eingestellt das ist ein bisschen enttäuschend ich dachte Chili muss jetzt Boot fahren ja das hätte ich auch gedacht aber irgendwie ist es mau das gibt ein Fahrzeug also klicken fahrzeug alles durchsuchen jungs und mädels war ich doch gerade hier aber uh da geht es auf hallo Oh, ein schwaches Schraubenschlüssel. Ein schwaches Schraubenschlüssel? Ja, ein schwaches Schraubenschlüssel. Okay, hier kommen wir außen rum. Okay. Hier ist ein Ausweis. Oh, cool. Und da ist ein... Und eine Kiste ist hier auch, Doktor. Bin schon da. Kistendoktor, da liegt der Ausweis, da ist deine Kiste. Stravender Polizeiknüppel. Hab ich schon. Ja, aber der ist blau, Biceli. Okay. Und hat eine Stärke von über 400. Schöne hier oben. Ach so, das. Ich bin nur neben dir. Ich glaube, wir müssen da nicht lang. Nee. Dann lasst uns mal einsteigen. Hocken wir jetzt alle drin und keiner fährt? Ja. Spoo fährt. Du kannst das. Nicht. Äh, das ist fake, die Anzeige. Aber da ging es gar nicht rechts. Zum Glück nur 200 Meter. Ja, das ist ein ziemlich kleines Gebiet. Aua. Ja, gut. Ja, ich glaube, das war's, Bo. Ja, ja, ja. Das war's. Oh. Ja, das ist eine von denen. Oh, jetzt ist zu spät. Im steckten. Oh, das war man saubere Wurf. Direkt zwischen die Schulterblätter. Danke. Ich bin auch noch ein relativ, wenn es gefällt. Ach so. Also lass doch mal. Kollege. Ja, mach doch. Hab ich doch. So. Das könnt ihr uns ahn, die Schnellreise, wie gut. hier ist ein fakt hier ist ein fakt auf dem tisch einer fakt nicht rum fang bestellt ab hier auf dem tisch das besser steckt im stumpf vom kopf wie geht es da oben ist das da steht ein typ die toiletten hier liegt ein bauplan auf den toiletten ein bloody mary mod wie geil die mary mod links der name ist ein fakt so hat jeder ich bin doch das fakt erst mal gucken was der bloody mary mod macht die mary mod polizei knüppel metall knüppel schwerer knüppel wer braucht man nicht das ergebnis meiner bemühungen ist der metall knüppel den ich so sorgfältig mit stachel dran entwickelt und mit ein paar anderen spielereien versehen habe dass jeder arme bastel dass sie im falschen ende davon wieder findet es nicht überleben wird hier ist ein händler gell sehr schön da kann ich die waffen loswerden die ich eingesammelt habe zerstörerischer metall kann wo ist der für mich wenn er stumpf ist immer so verkaufen dann gucken wir mal haftdose bis 200 in schaden von 275 mäßiger 304 die der einzel schuss gewehr ab stufe 37 an 400 und könnte die kann auch das kann auch weg das kann auch weg magnum hat ihre dienste getan aber sie ist einfach zu langsam das ist leider echt so großes zerstörerische metall kommt ja ja alter wie geil das kaufe ich mir ein das metall ding da ein der standardmäßige wakazita sie 800 schaden was 719 bis 225 es ist ich glaube ihr wisst was ein katana ist das kleine ding davon was ist ein metall kanobo ist das für mich das metall kanobo müsste so ein art person zu der keule also die haut ordentlich rein ja und hatten haben wir vorhanden das ist doch für mich oder ja ja ist eine stumpfe waffe ja also links neben der bezeichnung ist eine stumpfe waffe und für waffen hast du ja meistens sogar bonus drauf so dann lege ich mal die pistole sturm oh ja ich habe ein katana kleines eine werkbank nichts wert 118 nehme ich dir nicht auf oder gegenwärts ab und zu so dann redet man mit dem guten kerl doktor ist ist eine aufzeichnung also wo oh die 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 Und, danke Gott, und jetzt bin ich drin. Ich bin sicher drin. Aber dieses Komplex... Es ist nicht... Es ist nicht defensiv. Tut-Proben! Yay! Wir sind doch im Moon. Danke. Ich sollte einige Antworten in ein paar Stunden. In der meantime, vielleicht könntest du hier ein bisschen helfen? Immer noch! Gib, 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 Doktor! Cash! Ja, hier gibt's nix. Ja. Ja, hab ich schon heiß geludert. Der Looter came hier. Hi, Bob. Ich glaube, wir müssen mit Bob reden. Ja, guck mal, der Bob will was. Vielleicht braucht er mich. Ja. Wir brauchen ihn. Werte Frank aus dem Teil des Labors, der von Untoten verseucht ist, aber sicher doch. Nein, nur mit der Ruhe, vielleicht ist er ja schon tot. Alle bereit? Ja. Er kommt in den Kreis. Wo ist ein Kreis? Wo sind alle drin? Du komm rein! Ich hab kein Kreis. Ich auch nicht. Hä? Ist kein Kreis. Jetzt ist der Kreis weg. Kommen wir raus? Ne. Doch. Ich komm hier nicht. Ah, Doktor ist draußen! Ich komm hier nicht! Ich komm hier nicht! Ah, Doktor ist draußen! Ne, du warst draußen, als es aktiviert worden ist. Ja, super! Und die Tür ist doch auf, oder? Nein, nein, die ist jetzt, jetzt. Durchgemogelt. Das ist ein Bauch eingezogen. So, hier ist ein Fakt. Ja, ich bin hier erst mal gerade auf 3. So wie so. Ich glaub, ich hab grad im PC Geld gefunden. Ja, die verstecken manchmal Geld im PC. Ähm, mach ich auch immer. Oh, wow! So, wo war das Fakt? Weg da, Doktor! Wo war der Fakt? Da, in dem Raum hier. Irgendwo da hinten lag er glaub. Ah, ja, hier. Das ist klar. Ah, ging euch zu laut, mir ist nicht schön. Nee. Eindeutig, nein. Der Doktor war hier. Nö, nö, hier war schon jemand anders. Ah, da ist doch der Fuzzi. Hi Frank! Oh! Oh! Töte ihn, schlag ihm den Kopf ab. Oh, die haben hier irgendwas in den Käfigen gehalten. So, Siegert habe den Kopf abgeschlagen. Ja, vielleicht waren es die Zombies, die hier umgelaufen sind. Ja, und das Bursi schlägt nochmal drauf. Zur Sicherheit. Ähm. Kommen wir zu dem Rhein? Nee, da steht was vor der Tür. Warte mal, warte mal. Ja. Wo war nochmal die Duke-Taste, Tobi? Duke-Taste? Es gibt... Die wird angezeigt. E ist jetzt normal, aber... Irgendwie... Ich glaube da, weil... Ah, wir müssen wieder raus. Äh... Ja. Aber klar! Was? Super! Willst du diese Werkbank? Ja, bitte. Äh... Werkbank, Werkbank... Bisschen! 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 Ja, toll! Du kannst doch mit rauskommen, du Hund! Aber er kommt das nächste Mal raus, versprochen. Er hat eh schon Platz gemacht. Nein, hat er nicht! Beziehungsweise Tobi hat ihn mit dem fetten Arsch zur Seite geschaffen. Kommt ihr durch? Nein, nein, kommt man nicht! Unsichtbare Wand! Wohl erst, wenn wir den Auftrag hier abgeschlossen haben. Also, dann auf! Halt, halt! Folgenpause! Leute, vielen Dank fürs Zusehen! Ich hoffe doch, bis zum nächsten Mal bei Dead Island! Macht's gut! Ciao, ciao! Bis dahin! Tschüss!